Ich trete vor allen Dingen an, die alteingefahrenen Strukturen aufzubrechen, dass wieder neue Regeln begangen werden, neue Gedanken gedacht werden und auch umgesetzt werden. Aber vorhin braucht der Stadtoberhaupt das Aktivkreis, das Ziele aufzeigt und die die Haarlich verfolgt. Wir brauchen kein Stadtoberhaupt, der immer mit dem Strom schwimmt und das mit dem Händchen nach dem Wind richtet. Ich glaube, wir brauchen immer unsere nützigen Kompetenzen mitbringen. Ich stehe zur Verfügung, wenn Sie Vertrauen schenken wollen, sage ich vielen Dank, ich werde mir ein Bestes geben. Und ein Grundanliegen habe, wenn Sie was wollen, gehen Sie zum Wenn, aber wenn Sie bitte nicht die bestehenden Verhältnisse und wenn Sie nicht das weiter sagen. Und ansonsten gehen Sie am SPD und gehen Sie am Nied am Schatten.